Herzlich willkommen hier auf der Orgelbühne in St. Marien in Kevelan. Wir haben hier das große Glück, eine der bedeutendsten Orgeln in der Welt zu haben. Diese Bauart, wir sehen hier den Spieltisch dieser großen Orgeln. Das gibt es nur noch sehr, sehr selten. Es ist eine sogenannte romantische, deutsch-romantische Orgel, die im Jahr 1907 von der Firma Seifert erbaut wurde. 1926 wurde diese Orgel nochmal erweitert und hatte dann eine Größe, jetzt kommt ein Fachwort, von 131 Registern. Registern nennt man die Klangfarben der Orgel. Eine Orgel arbeitet mit Klangfarben. Man sieht das hier, wenn ich eine Taste drücke, passiert gar nichts. Ich muss erst eine Klangfarbe einschalten. Das mache ich mit diesen Knöpfen. Wenn man näher rangeht, sieht man auch die Namen zum Beispiel von Klangfarben. Trompete, Horn, Salizional, das sind dann so Fachbegriffe, Quimona. Und die muss ich eben anwählen und drücke ich zum Beispiel diese Trompete herunter. So klingt in der Orgel auch eine Trompete. Ja und so eine Trompete klingt natürlich komplett anders als eine Flöte. Wenn ich die einschalte, klingt das so. Und von diesen Klangfarben habe ich hier an der Orgel 139. Flöten in allen Schattierungen, man kann, wenn ich jetzt diese Flöte spiele, natürlich noch Flöten dazuziehen. Und schon wird der ganze Klang. Größer und dicker. Das waren jetzt nur Flötenregister. Und ich glaube, man hat schon gemerkt, dass, deshalb habe ich auch eben von Klangfarben geredet, dass wir als Organisten auch Maler sind, die diese Klangfarben mischen müssen. Drücke ich zum Beispiel eine Farbe, habe ich natürlich nur eine Pfeife, die klingt. Jetzt kann man bewusst hören, wenn ich eine Farbe dazu nehme, dass zwei Pfeifen klingen. Jetzt klingen drei Pfeifen. Aber ich spiele nur einen Ton. Vier. Fünf. So spiele ich fünf Töne mit einem Ton. Und der Orgelbauer muss natürlich so genial sein, dass er diese fünf Pfeifen aufeinander so abstimmt, dass wenn ich Melodie spiele, man nur eine neue Klangfarbe wahrnimmt. Und jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir darstellen können, warum wir hier verschiedene Ebenen haben. Man nennt das Manuale. Manus ist die Hand in Latein. Das ist ein Manual. Ich habe jetzt eine Melodie gespielt. Aber Musik besteht ja noch aus ganz, ganz vielen Sachen. Und nicht nur aus Melodie, sondern zum Beispiel auch aus Harmonie. Wenn ich die Melodie hier spiele, kann ich die Harmonie hier machen. Ja, jetzt kommt in der Musik noch was dazu. Zu der Begleitung, zu der Melodie kommt jetzt der Bass. Und den mache ich in der Orgel oder bei der Orgel mit den Füßen. Und dazu kann ich ganz tiefe, ich darf ja dieses Fremdwort-Register jetzt sagen, wir haben das schon gelernt, tiefe Register einschalten, die ungefähr so klingen. Wenn man mal alles nacheinander hört, die Melodie, dann die Begleitung, dann den Bass, merkt man, wie Musik sich zusammensetzt. Amen. Wir sind dafür da, als Kirchenmusiker die Stimmung, die in der Kirche gerade ist, zu verstärken. Das kann man im weitesten Sinne vergleichen mit der Filmmusik. Wir haben spannende Stimmungen, wir haben Liebesszenen in einem Film und immer wird das durch die Musik verstärkt, stelle man sich eine Liebesszene ohne Musik vor, ohne die Geigen. So ist das ja im Kirchenjahr genauso. Es gibt so viele Stimmungen, wenn ich nur an Advent denke, spiele ich natürlich ganz anders als Weihnachten. In der Fastenzeit noch mal anders, Passionszeit noch mal anders, dann Oster, kommt die ganze Orgel zur Geltung. Es gibt Pfingsten, was ja auch sehr mystisch ist, der Heilige Geist kommt. Dann gibt es Beerdigungen, Hochzeiten, so, so, so viele Facetten. Und ich erfreue mich daran oder versuche es, die Texte, die darin gelesen werden und gezeigt werden und die Art, wie dann Liturgie gestaltet wird, in dieser Stimmung oder diese Stimmung dann aufzufangen mit der Orgel. Und das kann man mit dieser Orgel fantastisch machen. Das ist schön. Ein bisschen reiser noch, ist das Ruflohn, ganz besonderes. Eine ganz tolle Besonderheit dieser Orgel ist unser Fernwerk. Fern, wie der Name schon sagt, von der großen Hauptorgel entfernt stehen Orgelpfeifen hinten in der Kirche auf einem Balkon. Aber ich kann sie von hier bedienen. Niemand redete 1907 von Stereo. Aber in Kevlar konnte man es erleben. Ich kann mir nur vorstellen, dass den Leuten es heiß und kalt den Rücken runtergegangen ist, die ja mit der Musik einfach nicht lebten, wie wir heutzutage. Wir sind ja sehr musikverseucht, weil überall dudelt es. Man kommt ins Kaufhaus, dudel, 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 dudel. Und die Leute damals, die haben in der Kirche die Musik gehört. Ja, oder wer es sich leisten konnte, geh mal ins Theater, die Oper oder man sang abends im Kreise der Lieben was oder auf dem Feld. Aber richtig Musik, das gibt ja die große Kirchenmusikkultur, hat man in der Kirche gehört. Und dann wird man plötzlich von zwei Seiten bespielt. Das muss ein Hammer gewesen sein, 1907. Leider wurde dieses Fernwerk, ich erwähnte es eben schon, im Krieg komplett zerstört. Das wurde auch nicht wieder aufgebaut damals und ist erst im Jahr 2004 rekonstruiert worden. Also gar nicht so lange her. Und man hört es, wenn ich jetzt spiele, ganz weit weg, hinten aus der Kirche. Ich hoffe, es kommt aus dem Film ein bisschen raus, sonst müssen Sie alle bis hierhin kommen und sich das live ansehen. Es lohnt sich. Und wenn man das volle Fernwerk spielt, das heißt alle Register des Fernwerks, dann merkt man, es ist eine ausgewachsene Orgel dahinter. Und zwar gab es eine Orgelbewegung. Nach dem Krieg waren diese romantischen Orgeln sehr, sehr verpönt. Und die wurden alle abgebaut, als wieder Geld da war, 50er, 60er Jahre. Und diese Orgel hatte das große Glück, zwar im Krieg sehr beschädigt zu sein. Es gab einen ganzen Teil, der zerbombt war. Und auch die Hauptorgel wurde sehr beschädigt, weil hier ein Lager in der Basilika war, ein Internierungslager. Kriegsgefangene durften hier überwintern. Und die haben das ganze Gehäuse zersägt und verfeuert, sind auch in die Orgel hineingegangen. Wir werden gleich einige Bilder von innen sehen und haben da ihr Feldbett aufgeschlagen, haben sich da zurückgezogen. Aber auf die Orgelpfeifen natürlich keinen Acht gegeben und da viel zerstört. Und da die Bewegung war, wir wollen dieses Romantische nicht mehr, wir suchen eine neue Musik. Und es ging zurück zu der barocken Klangwelt, wurde diese Orgel im Laufe der Zeit verfälscht. Und auch dieses Euphon, wo ich gerade so von schwärmte, wurde ausgebaut aus der Orgel. Und ist erst jetzt, 2008, jetzt ist auch schon wieder 12 Jahre, wieder entdeckt worden, oben auf dem Speicher bei der Firma Seifert. Und ich habe mich so gefreut, der Basilikakorps hat dann gesammelt und wir haben eine Stiftung für die Heimatpflege von der Volksbank. Und die haben sich dann in Zeug gelegt, dass dieses wunderschöne Euphon wieder eingebaut werden kann. Jesus, der Hier kann man sehr, sehr schön sehen, die Verschiedenartigkeit der Pfeifen. So ist immer eine Klangfarbe, ein Register. Man sieht diese dünnen Pfeifen, das ist zum Beispiel ein Streicher. Ich habe hier eine etwas dickere Pfeife oder man sagt, die Mensur, im Durchmesser ist die etwas weiter. Das ist dann eine Flöte. Und hier sieht man gut, wie so eine Pfeife funktioniert. Hier ist das Lock. In diesem Lock steht es unten auf der sogenannten Windlade. Und drücke ich den Ton an der Tastatur, öffnet sich das Ventil und dann kann der Wind hier rein. Und tönt wie eine Blockflöte. Die sind anders gebaut. Das ist die Trompete. Und zwar kann man diesen Stiefel abmachen. Und man sieht hier eine sogenannte Zunge. Und diese Zunge wird in Schwingung versetzt, wenn ich reinblase oder der Wind kommt rein. Das ist vergleichbar, wie wenn jemand Klarinette spielt oder Oboe spielt. Der hat auch am Mundstück sein Holzblättchen, was vibriert und dadurch diesen schnarrenden Ton erzeugt. Diese Trompeten sind zum Papstbesuch reingekommen. Die sind also nicht original von der Orgel, aber so toll, dass man die nicht ausbaut aus historischen Zwecken. Die sind 87 zum Papstbesuch eingebaut worden. Das ist die Trompeten, die in Schwingung der Wind, die in Schwingung des Dreieckssächtskommers. Musik Hier befinden wir uns im Schwellwerk der Orgel. Schwellwerk deshalb, weil wir hier große Schwelltüren haben. Die kann ich mit einem Pedal, das ich drücke, am Spieltisch auf und zu machen. Den Effekt können Sie sich gut vorstellen. Leise, laut. Ja, ganz einfach. Das ist dann eine sehr, sehr schöne Wirkung von Laut und Leise, die man hier erzielen kann. Das Schwellwerk, da sind wir schon ganz stolz drauf im Orgelbauverein. Das ist schon fertiggestellt. Das sind alle Register, die damals 1907 bzw. 1926 da waren, sind wieder da. Und das ist eine wunderbare Geschichte hier geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.